So, guten Tag, willkommen in Hocker Zocker mit Aino und Angelo. Wir spielen heute hier Apokalypse mit Bruce Willis von PS1. Kam raus, muss ich kurz überlegen, kam der Scheißchen raus. Nuki-duki machen, ich meine 98, 98 kam es raus, hier da, 98. Ich habe noch was kurz versehen. Ja. Damals aufwendig. Bild hast du aber von so einer spanischen Seite, ne? Ja, versuch mal vernünftige Bilder zu finden jetzt mittlerweile von den alten Sachen. Ja, ich weiß. Ja, jetzt kommen Bruce Willis. Michele Konkane. Michele Konkane? Ja, hab ich auch gesehen. Mein Hauptsache Bild ist doch jetzt da. Michele Konkane ist auf jeden Fall mit Bruce Willis. Ja, Michele Konkane mit Bruce Willis. Ein geiles Videospiel. Ich habe mal gelesen, da kriegst du ihn drei, vier Stunden durch. Drei, vier Stunden. Ich habe damals mit dem Onkel, der war zu Silvester, haben wir jetzt stundenlang durchgezockt. Also gezockt stundenlang. Stundenlang durchgezockt. Stundenlang, der war richtig geil. Ja, auch durchgezockt. Ne, natürlich nicht, aber wir waren glaube ich jetzt beim zweiten Buster oder sowas. Weil du musst ja die apokalypischen Reiter erledigen. Ich fand es damals gut und wir gehen einfach mal rüber. Mit der Original-Synchro übrigens von Manfred Lehmann. So. Ich hoffe, es klappt ja alles. Manfred Lehmann. Manfred Lehmann. Ja. Kennst du das? Der ist ja mit der riesen Knollnase. Sieht gut aus, ne? Ja. Gehen wir mal auf ein neues Spiel. Muss ein bisschen lauter machen. Mein nächster Nutzer wird die Kopfhörer. Ich brauche echt einen neuen Monitor. Nur ein Mann, mein ältester Schüler. Und jetzt mein Erzfeind. Mein Erzfeind. Und weiß, wie ich meine Reiter vom Tode erweckt habe. Tod, Pest, Krieg und Teufel. Der habe ich immer noch. Der war so geil damals. Wir saßen und dachten, oh cool. Die Vierreiter der Apokalypse. Ja, das ist ein IPS-Panel. Da hast du wirklich kräftige Erfahrungen. Also auf diesem Kackmonitor hier. Pest, lass deine Seuche sie vernichten. Krieg, wirf ihre Körper ins Feuer. Teufel, lege ihre Städte in Schutt und Asche. Macht euch auf, meine Reiter. Der Tag des jüngsten Gerichts steht bevor. Der Referent hat gesprochen. Parasylent. Wach, Aufgefangene, deine Anhörung. Gnadengesuch 9982G, Kincaid, Trey. Sie haben an der Wissenschaft festgehalten und somit die zwölf Maxime des Reverends verletzt. Wofür plädieren Sie? Wenn ich mit dir fertig bin, kannst du dich bei Mama nicht mehr sehen lassen. Schuldig, ich ordere Sie zum Tode. Der Nächste. Willst du euch anfangen? Mach ruhig, du kennst das ja. Ich habe es vor über 20 Jahren gezogen. Weit über 20 Jahren. Stundenlang, aber. Ja, aber stundenlang, an einem Tag. Oder einen Abend. Da ist er. Oh, da ist er. Kann ich alles sagen. Wunder der Technik. Für 98 war das schon gut. Aber ich meine auch, die Sturm war ziemlich komisch, weil du musstest irgendwie in die Richtung schießen, wo du auch langläufst. Also was ist das jetzt hier? Guck mal. Na los, Chef. Boah, ist das also schnell. Uh, ausweichen. Ist aber wirklich nach links schießen, muss ich nach links? Ne, Quatsch. Ach hier, mit den Tasten war das hier. Mit den Links, mit dem Kreis X und sowas. Also X, Kreis nach links. Mit 4-Hack nach links, Kreis nach rechts. Boah, ist das schnell. Okay, los geht's. Gefallen, runter auf den Boden. Boah, ich muss auch kurz ein bisschen den Tonlaser machen. Moment. Nicht, dass wir über Mikrofon ja Rückkopplung haben. Ist natürlich ungünstig. Aber hier läuft ja alle. Aufnahme läuft, Aufnahme läuft. So. Du, das tat weh. Boah. Ne, hier nochmal hin und dann. Zack. Hast du den Fuß aufgemacht? Ja, der kann das. Aber es ist wirklich actionlastig. Ist wirklich alle paar Sekunden irgendwie am kämpfen. Ich sehe dich nix. Boah, ich kann mich noch an diesen Friedhof erinnern, wo ich da irgendwann mal war. Guck mal, da waren wir. Explosive Fester. Weißt du noch? Haben wir unter Aurora geredet. Ich bleibe mit eurem Diätplan. Weg, weg, weg. Weg, mach auf um. Die treffen ja gar nicht. Die sind so doof. Da ist wirklich Partikelstrahl. Anschneiden, jetzt geht's los. Anschneiden, jetzt geht's los. Jawohl, aber sowas von hier. Checkpoint. Können wir auch springen? Ah, hier. Da oben. Stehntaste. Mach sie fertig, soll Gott sich um sie kümmern. Ach. Oh, das ist so nervig, dass du die, die Tasten nehmen musst zum Schießen. Oh, das ist mega schnell. Ich hab' nicht so schnell in Erinnerung. Ah, hab ich nie gesehen. Ich hab' auf die Typen geachtet, ey. Wie, 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 wie. Wow! Der fällt aber lang. Ja, seit Russland ist auch immer etwas länger. Scheiße! Ja klar, ich würde doch so schießen und kommen die Zelle zurück. Okay, Konzentration. Oh, hier... Hab ich nur noch Granaten? Können wir nicht so Granaten werfen? Ah, hier war ich gerade nicht. Nimm das! Ah, das waren die Granaten, diese. Jetzt haben wir noch zwei Stück. Oh, alter! Anscheinend, jetzt geht's los! Boah, Alter, ich hab hier kompliziert, ey! Der Typ bohrt ja das mehr Blei in eurer Diät! Smartbomb. Achso, jetzt sind die Dinger da. Ah, ja, dass ich in den Dings rein... Nee, nicht krägle, ist getroffen. Yo! Da ist der! Oh, gar nicht wahr! Nein! Er ist tot! Es ist nicht so einfach, Heino! Oh, gar nichts gemacht! Ich hab den Kopf schon noch gesehen im Bildschirm! Ja, das stimmt! Jetzt komm ich hier nicht runter, warum nicht? Weil ich springen muss. Ah, 100% Energie! Boah, ist das kürzer! Boah, ist das kürzer! Krasser Scheiß! Ein großer Dinger! Oh, dann muss ich jetzt rennen! Oh, geil, der Flammenwerfer! Ah, sind die ganzen Klass, die ist hier! Wir haben schon auch verboten damals, das Spiel! Und die schreien noch nicht so... Ah, das ist verboten gewesen! Ach komm, ich hab einfach noch Granaten! Hier, da, ruhig! Zack! Ist der immer noch drin hier? Dann ist er weg! Checkpoint! Jo, ach komm wir hier! Könnt ihr schon haben? Mein Gott, da kommen noch mehr! Du kommst wieder ins Loch, Ratte! Aber immerhin fair gesetzte Checkpoints! Ja! Anschnallen, jetzt gehts los! Ziehsucher! Ich hab schon einen Boden fliegen sehen! Anschnallen, jetzt gehts los! Das ist ein Lickenspruch, ne? Ja! Meiner auch jetzt! Nein, ich bin da gesprungen! Offensichtlich nicht! Seid nicht so auf der Arbeit! Anschnallen, jetzt gehts los! Pfernen und Tüpfchen! Pfernen? Pfernen! Pfernen und Tüpfchen! Pfernen! Pfernen! Geh mal die Pferne her! Die Pferne! Wachse! Schön mit Pferne! Anschnallen, jetzt gehts los! Ja, man muss ein bisschen rechtzeitig abspringen hier! Oh, ein bisschen rechtzeitig abspringen! Ja, ist schon spät, Mann! Wir nehmen schon lange auf! Die volle Ladung auf den Pilz! Auf den Pilz? Auf den Pilz! Auf den Pilz! Auf den Pilz! Auf den Pilz! Ha! Ich will mal mit X springen! Wo muss ich jetzt? Superlaser! Oh! Hanno, jetzt schaff ich nicht, wie ich komm mich mal zurück! Jetzt schaff ich doch gar nicht, ey! Wo bin ich? Oh, der springt aber so weit! Oh, ey! Ja, der kann das! Das ist Bruce Willis! der blitz ist aber scheiße nachher durchlaufen als soll es hat springen vergessen der pro gamer ja ich hab nichts vergessen aber ja in welchem spiel ist springen schon auf stirntaste weiter auf dem pilz warte mal die muss ich erst töten ja klar scheiße ich lebe überhaupt nicht mit spiel was hast du vergessen ne ich bin ja gesprungen aber ich bin falsch gelingen das war mir auf einmal ist nicht so einfach ja springt der springt dieser voll es ist nicht einfach da glaube ich dir start es ist da oben da oben start kannst du spieladen machen vielleicht hat der irgendwo gespeichert natürlich nicht von anfang an ist blöd gehen wir auf neues spiel vielleicht fangen wir auch da vorne an neues spiel ist neues spiel ja ja okay komm vergiss mal das warte mal ist das kocke kocke ich finde es immer noch gut hat halt nur ein paar ecken die scheiße sind ja ja tut mir leid liebe leute wir sind schlecht ich bin schlecht es ist mal mein fehler es ist wirklich so es tut mir leid man hat aber einen einblick in das spiel bekommen genau es ist wirklich gut ich habe damals sehr lange mit dem onkel gespielt gehabt ein paar stunden am stück man immer noch nicht durch ist halt auch spiel mit dem sprungpass sprängst und weißt kannst du die entfernung nicht richtig einschätzen naja trotzdem lass uns mal ein like da ihr hübschen zuckermäuse bis zum nächsten mal tschüss